so gefällt mir das ganze schon viel besser und als nächstes als nächstes machen wir nochmal unser spionageflugzeug das wir dringend mal wieder brauchen du gehst mit hier runter noch die brauche ich nicht mehr du stellst die oma hier mit her noch weil wir sichern jetzt einfach mal so nach und nach alles ab wo es einheiten herkommen könnten und dann kriegen wir das schon vielleicht erstmal flugabwehr vielleicht ein klein bisschen da bleiben das passiert wenn man die maus von der hand nimmt die hand von der maus nimmt ja die maus von der hand nimmt man auch mal gerne so 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 da kommen sie rausgerollt fabrik neu die panzer fabrik neu konstruktion abgeschlossen so das ist sehr gut ich kann es reparieren okay da bauen wir hier drüben auch noch eine mit dran und dann machen wir hier vielleicht auch wieder so ein doppelpack wie hier und das machen wir dann hier und dann schauen wir ob wir irgendwie hier durchkommen wobei das hier würde ich schon eigentlich auch gerne mitnehmen das ist ja auch noch dann müssten wir hier rüber eigentlich absichern wo müssten wir absichern darüber okay pass mal auf wird gebaut das nehmen wir doch einfach gleich mal in angriff ihr stellt euch mal hierher die lasse ich hier trotzdem mal einfach so als als zweites hindernis sollten sie am ersten durchbrechen ein stückchen müssen wir da noch konstruktion abgeschlossen wird gebaut das ist gut weil dann können wir hier nämlich auch noch das ein oder andere kraftwerk dann her schmeißen hier hat das alles kraftwerk da klasse scheiß man übelst hardcore und so so das haben sie sich mal so gedacht was nischtes ok ja da kommen sie gleich mit zwei ja naja sollen sie ruhig kommen sie müssen ja auch wieder raus hier hat es was in Ordnung hier hat es was in Ordnung wo wird er denn angegriffen schon wieder irgendwo ein schiff unterwegs ne ahja dich wollte ich ja mal noch ein bisschen hier hoch schicken erwarte ihre befehle bestätigt was haben wir hier hinten jetzt aha der hat den maximalen punkt erreicht dann könnte er mal ein stückchen runterfahren hier äh wird gebaut so konstruktion abgeschlossen wird gebaut was wie konnte der hier durchschlüpfen ne bestätigt bestätigt melde mich wie befohlen in Ordnung kommst du zu angeschlossen ja bestätigt wir werden sich gleich demnächst ganz hart umschauen hier ja in Ordnung wird gebaut wird gebaut ja 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 bestätigt bestätigt melde mich wie bestätigt bestätigt wohl ein bisschen so der Spionagepanzer hier gerade ha bestätigt verwarte ihre Befehle in Ordnung ja ja verpasst euch ruhig wieder ihr habt hier eh keine Chance so und das ganze dauert schon wieder so lange dass ich komplett vergessen habe was wir eigentlich tun sollen letzte Prüfung steht bevor das Schicksal der Sowjetunion liegt an den Stränden Englands hier befindet sich der letzte Hort des jämmerlichen Alliierten ah Widerstands zerschmettern sie ihn und bringen sie ihren rechtmäßigen äh erringen sie ihren rechtmäßigen Platz an Stalins Seite na ok hier müssen wir einfach nur tatsächlich ne das äh sollte klappen melde mich wie befohlen melde mich wie befohlen so dich schicke ich dir immer hier mit eigentlich würde ich gerne hier unten komplett äh kompletten Ring auch noch außenrum bauen aber das spare ich mir jetzt erstmal mal gucken wie es läuft so wie es läuft aktuell wird gebaut Konstruktion abgeschlossen so einmal Freunde Gebäude verkauft so schauts jetzt mal aus so ich zieh euch schon mal hinter die Linie aber fahr euch noch nicht weg weil wer weiß wer weiß na so diesen einen kleinen Kackscheißer bestätigt den schicke ich mal dahinter den schicke ich mal dahinter bestätigt bestätigt in Ordnung so Einheit verloren Einheit verloren ja Sir Achtung wieder anschnallen bestätigt in Ordnung na ihr könnt schon da bleiben bestätigt in Ordnung bestätigt in Ordnung bestätigt in Ordnung unser Stützpunkt wird angegriffen bestätigt in Ordnung dann passt da alles bisschen vielleicht eingeladen eben auch nicht Gut. Passt mir soweit. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Insel? Was kann ich denn mit der tun? Die werden hier so unglücklich jetzt dann. Das ist der wahre eiserne Vorhang hier. Oh, so langsam kriegen wir Kohle ohne Ende. Äh, ich brauch mal lieber ein paar Ode. Der Panzer haben wir erstmal genug. Und vielleicht sollten wir uns langsam auch mal wieder um ein weiteres Kraftwerk bemühen. Wo steh ich die denn jetzt mal hin? Und das Kraftwerk bauen wir. Oh Gott, wo machen wir das denn hin? Konstruktion abgeschlossen. Hier dann wohl mal. Wie sie es halt immer wieder probieren hier. Wird gebaut. Ich hätte gern einen zweiten Bauhof. Muss ich ja gestehen. Dann würde das hier nämlich auch alles ein bisschen schneller gehen. Aber den haben wir nicht, ne? Vielleicht sollte ich mal eine Werkstatt bauen. Vielleicht kriegen wir dann einen. Ich weiß es nicht. Das Technologiezentrum steht ja noch, ne? Ja. Jetzt machen wir aber erstmal hier noch drei Tesla-Spulen. Und wir sollten hier auch definitiv noch Flak-Stellungen aufstellen. Oh, da ist eine Kiste. Schade, jetzt habe ich keine Fallschirm drüben. Ja, da hinten. Die kümmern sich schon drum. Äh, wo sind wir? Da sind wir. Ja, sie kümmern sich eben nicht drum. Frechheit. Ich habe jetzt kurzzeitig mal doch... Ah, schieße. Verdammt. Okay, fahren wir hoch. Ja, ich glaube, die eine hier verlieren wir wieder. Anders machen. Ah, wir verlieren sie. Doch nicht. Bleibt mal hier. Hallo. Äh, ja. Reparier mir das Ding mal. Danke. Erstmal ein paar Flak-Stellungen bauen. Konstruktion abgeschlossen. Da stehen mir die jetzt halt leider im Weg. Wird gebaut. Ich würde jetzt gerne hier so eine... Immer wieder mal zwei. Hier zwei. Und hier zwei machen. Wir brauchen Silos. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. So, und dann können wir nämlich hier... Zwischen dem beiden... Und zwischen dem beiden und so können wir dann tatsächlich die Silos auch lassen. Konstruktion abgeschlossen. Da stören sie nämlich nicht. Ja, ich mach mal... Ich mach jetzt erstmal ein Flugfeld. Und nach dem Flugfeld mach ich noch eine Werkstatt. Ähm... Flugfelder ist... Machen wir denn das hin mal? Hier. Hier würde ich sagen irgendwie... Vielleicht kriegt man es da rein. Sehen wir gleich. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Sehr gut. Und dann machen wir mal schnell die Werkstatt. Oh ja, ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. Voll gut. So, und jetzt können sie mal gucken, wie sie hier mit den blöden Hubschraubern angeschüsselt kommen. So rumscheißern hier dann. Ja, Sir. In Ordnung. So, und die Werkstatt. Einmal hierher, glaube ich. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Äh, Minenleger, das ist alles, was ich davon bekomme. Weg damit. Wir brauchen Silos. Gebäude verkauft. Dann weg damit. Sofort. Aber der Schrei nach Silos wird schon wieder laut. Wird gebaut. Machen wir das halt mal. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Mh, dieses Geräusch. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Dieses Geräusch ist Musik in meinen Ohren. Der Schizpunkt wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ah, und den Minenleger haben wir sogar noch behalten. Schau eine an. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Schade. Ich kann das jetzt nicht symmetrisch bauen. Konstruktion abgeschlossen. Abgeschlossen. Wird gebaut. Naja, gut. Ich habe hier auch schon nichts symmetrisch gebaut. Muss man bedenken, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ist es eigentlich wurscht. Ich klatsche die jetzt einfach mal hier hin. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So, hier werden wir jetzt auch gleich nochmal... Wir werden nicht angegriffen hier. Konstruktion abgeschlossen. Ist ja ein Armutszeugnis für die Allianz. So, der hier, der ist am Maximalanschlag. Wird gebaut. Spionageflugzeug bereit. Konstruktion abgeschlossen. Ist auch gut. Ziel wählen. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Nicht jetzt. Achso, hier, ja. Sammler und so. Yeah, ich schau um Sammler. Wir brauchen noch eine Tesla. Zwei Tesla Spulen hier. Die muss bleiben. Dann muss die hier wieder weg. Und die hier... Das Zilo hier bleibt wieder. Ja, die kommen aber ganz nett durch, muss man sagen, hier. Jetzt waren sie mal angegriffen von so einem blöden Helikopter. Melde mich wie befolgt. In Ordnung. Dann lauf doch mal... Lauf doch mal bis dahin, wenn es das schafft. Bestätigt. Wenn das so ist, dann könnten wir doch hier eigentlich fast... Wollen wir da mal versuchen, ein paar Invasoren reinzuschleusen. Ich habe ja... Ich bin ja da jetzt fast versucht, ne? Einheit verloren. Einheit verloren. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Die haben sich jetzt aber auch hart gewehrt hier. Aber ich glaube, die Invasoren... Wir kriegen die nicht durch. Keine Ahnung, warum die hier gerade nicht angegriffen wurden. Aber die Invasoren haben ja wahrscheinlich auch noch deutlich weniger Panzerung als die... äh... Standard-Styborgs. Oh yeah. Wo ist das jetzt gerade gewesen? Ja, die Kiste ist immer noch da. Dann machen wir jetzt mal die Fallschirm-Truppen hier fertig. Dann schicken wir die da nämlich hin. Und... Weil wir gerade so lustig sind... Machen wir hier mal... Die... Äh... Nummer 9. Einsatz gespeichert. Ganz wunderbar. So, die letzte Tesla-Spur dafür hier oben. Wird gebaut. Energieniveau kritisch. Gestoppt. Natürlich. Das Problem lösen wir mal so. Befreude verkauft. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Bevor die schon wieder mal einen Ausfall planen. So, und euch schicke ich jetzt einfach mal direkt da hoch. Schauen wir mal, wie weit ihr kommt. Veranstalten jetzt hier ein Cyborg-Wedrennen. Was haben wir hier oben eigentlich? Ach du, schon. Hier, es könnte auch noch Land sein, oder? Abgeschlossen. Mh... Ich muss jetzt nur langsam aufpassen, dass ich nicht die ganzen Erzflächen wegnehme. Aha. Also hier sind auf jeden Fall schon wieder Schattengeneratoren. So, ihr kommt mal auf die Insel hier rüber. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehst du mal wieder nach Hause. Bestätigt. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Ja, toll. Das hat sie ja megamäßig rentiert. In Ordnung. Ah, hier ist nochmal... Das könnte Geld sein. Ja. In Ordnung. Einheit los. Und ein bisschen schade, dass man keine Brücken bauen kann. Naja. Dann machen wir jetzt mal die Dinge hier. Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Einheit verloren. Konstruktion abgeschlossen. Die kriegen aber auch ständig Verstärkung par se, ne? Achso, Verstärkung par se. So, so. Könnte man rein theoretisch tatsächlich immer eins versetzt machen. Das wäre jetzt wirklich Kleinscheißerei. Es ist Wurst. Wasser. Ja, sie probieren es mal wieder. Ja, Sir. Bestätigt. Ihr seid ja alle fit, ne? Wunderbar. Konstruktion abgeschlossen. Welte mich wie bestätigt. Die Bionageflugzeug bereit. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. So. Ziel wählen. Gehen wir mal hierher. Weil hier oben scheinen sie noch keinen Schattengenerator zu haben. Konstruktion abgeschlossen. Verstehe. Wird gebaut. Ja, ich glaub. Die Fesslerspulen hier zumindest können wir wegmachen. Gebäude verkauft. So, und um sie zu ärgern. Jawohl. Schicke ich die nächsten hoch. Hehehe. Konstruktion abgeschlossen. So. Jetzt langsam. Jetzt müsste ich mal irgendwie versuchen. Die sind jetzt beide voll, ne? Sind beide voll. Der da hinten ist auch voll. Der ist leer. Du kommst mal her. Und zwar nach genau hier. Du kommst mal her. Bis zum nächsten Mal.